Moin Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Video und zwar habe ich El Primo heute in Seed gespielt und ich zeige euch jetzt einige Gameplays. Die letzten Spiele in der Bundesliga waren gut. Okay, ich habe nur gesehen, dass Deutschland reingestruggelt hat in der WM. War das WM? Ich glaube, war WM, ne? Da hat Deutschland ein bisschen reingestruggelt. Also ich bin echt nicht, Leute, ein Fußballfan, aber ich habe mir die WM angeschaut und als Deutschland gespielt hat, ich konnte mir das nicht geben. Ich weiß nicht, das war irgendwie richtig awkward anzusehen. Ich habe 20 Minuten geguckt und bin dann eingeschlafen. Also ich saß da an der Couch und, keine Ahnung, ich habe mir das aus Langeweile angeguckt. Und Katastrophe einfach. Und dann bin ich eingeschlafen. Aber sonst habe ich auch nie wirklich unbedingt ein Spiel angeguckt. Um ehrlich zu sein. Boom, boom, let's go Leute. Holy, wir haben schon 23.41 Uhr, ne? Die Zeit geht ja mal übelst schnell. Vielleicht kann ich noch El Primo auf 700 machen, Leute. Wenn die Games... Also die Games laufen gerade ziemlich gut, ne? Wir hatten... Ich hatte zwei Losers. Das mit dem 700er, das war nicht geil. Muss ich ehrlich gestehen. Aber ansonsten... Ist gar nicht so bad bisher. Okay, ich überlege im Moment noch zwischen Chemie und Bio. Das musst du wissen, was du... In naher Zukunft machen möchtest. Ey, wer war jetzt gerade Starplayer? Ich habe eigentlich geguckt. Ich habe gedacht... Ah, das war schlecht von mir. Mein Bali war so weit nach vorne. Und dann... Na, egal. War mein Fehler. War nicht smart von mir, dass ich so weit nach vorne gegangen bin. Ein Fünfer Siege ist echt OP. Also erster Push, direkt Fünfer Siege. Da muss ich sagen... Es war gut. Gut gedacht. Ne, ich... Ich behalte die Mitte, Leute. Ich behalte die Mitte. Ist... UF. Oh, mein Gott. Ah. Hätte ich keine... Leichte Shot Delays, hätte ich meine Ulti rausbekommen und vielleicht noch... Beide töten können. Also einer wäre 100 pro Tod. Aber ist wahrscheinlich jetzt eh gewonnen. Das ist so geil, Leute. Plus 8, ne? Vielleicht, wenn Siege ist, spiele ich öfters mal... Äh, bis nachts. Was heißt nachts? Je nachdem, wie viel ruhig aufstehen muss. Oh. Close. Und gern noch ein Rush. Also 30 Sekunden. Wenn wir Siege kriegen, dann ist GG. Nice. Zwerf, ne, Leute. Ich wollte nur die Schraube haben. Sehr schön. Jupp. Das ist GG. Wunderbar, Leute. Können jetzt eh finishen, ne? Also, ist egal. Oh. Perfekt. Perfekt. Jessie ist nicht so gut, Leute. Jessie ist nicht so geil. Oh, fuck. Vor allem, wenn die einen Leon haben. Das wird jetzt ein schweres Game, Leute. Das wird echt ein schweres Game. Vor allem, wenn man ein Typ sowas macht, gerade wie jetzt Ebene. Wieso geht denn mein Leon, äh, mein Barley nicht in der Mitte? Das verstehe ich echt nicht, Leute. Gut, das habe ich gut gespielt. Das kann man nix sagen. Diese Ente war nicht gut geschmissen, weil das nichts bringt. Barley muss in der Mitte gehen, ne? Das macht keinen Sinn, was er da macht. Egal. What the hell ist das für eine Ulti? Also, Barley hätte auf ein Save schmeißen sollen, wer mehr warft, ne? Aber, ist egal. Pirobert ist ein, also, ein Top-Spieler früher gewesen, aber der hat halt sehr lange Pause gemacht. Ich glaube, der weiß jetzt nicht unbedingt, was er macht. Ich schiebe mich jetzt mal lieber full. Das verstehe ich nicht, warum der das macht. Ich verstehe das echt nicht, Leute, wie er spielt gerade. Also, ich muss das. Egal wie abends jetzt. Wenn wir jetzt nicht finishen können, ist das lost wahrscheinlich. Ich glaube nicht mehr, dass wir noch einen Push kriegen. Ist schwer. Ich habe heute sehr spät angefangen. Ich werde morgen wieder ein bisschen früher anfangen, aber wie gesagt, ich habe hier auch was noch zu tun. Kavendish. Oh. Mit Kavendish habe ich sehr viel gepusht letzte Season. Oh, das war nicht sehr smart von mir. Das war nicht smart von ihm. Nehmen wir mir diese Schraube. Die gönne ich mir noch. Das war nicht gut von mir, Leute. Ich hätte nicht sterben müssen. Zum Glück spawnen ich rechtzeitig, ne. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass wir den zweiten verlieren. Das war nicht so. Okay, doch nicht. Zum Glück ist einer hinten bei uns gespawnt. Und der hier kann ich mir auch gerne. sehr schön. Zum Glück habe ich meinen Oldie bekommen und konnte Bali noch wegnehmen. sehr schön, Leute. Losing Streak ist einfach wie eine Winstreak, aber in der falschen Richtung, Bruder. Also ich muss sagen, dass Heist fast genauso schnell geht, Leute. Wenn ich jetzt Heist spiele und zwei Games in 40 Sekunden spiele oder so, dann geht es genauso schnell. Siege kommt nur so vor, als kriegt man mehr, weil man halt doppelt kriegt, ne. Das Schöne ist, ich kriege hier ganz schnell meine ganzen XP gesammelt, ne. Also weil ich ja doppelt XP, weil hier kriegt man ja doppelt XP. So kann ich meine 1000 schnell sammeln, aber wird schwer, weil ich ja nicht mehr so lange mache. Ich muss morgen wieder lernen. Gute Nacht, Leute, für die jetzt schlafen gehen. Also wir haben jetzt 0 Uhr, ne, während der Woche. Ich werde jetzt auch nicht mehr so lange machen. Eine Stunde höchstens noch, denke ich. Gucken wir mal, wie lange mein Team macht. Vielleicht sollte ich dir mal helfen oder so. Okay. Ja, aber nicht. Boah, einschlag noch, dann endlich meine Ulti. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lässt und mich abonniert. Ich würde dann sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Wenn wir zuerst sehen. Also wirken mir das Video gefallen hat, bitte etwas anderes. Ich war es nicht. Ich war es nicht. Wirken mir das Video gefallen hat. Was esse Video gefallen hat, ich bin mir da?